Im heutigen Vortrag möchte ich über ein Buch sprechen, bei dem mich ein Satz und nicht die ganze Geschichte am meisten inspiriert hat. Meine früheste Erinnerung an das Lesen von Büchern stammt aus der Zeit, als ich 18 Jahre alt war. Es war eine Geschichte über einen jungen Hirten in Spanien, der immer wieder davon träumt, am Fuß der ägyptischen Pyramiden einen Schatz zu finden. Eigentlich begann ich aus Neugier zu lesen, wie er den Schatz finden wird und was er damit macht. Als ich mit der Geschichte fertig war, war ich sehr traurig, dass der Junge den Schatz nicht gefunden hat. Aber ich habe ein paar Zeilen am Ende des Buches gelesen. Höre immer auf dein Herz. Ich erinnere mich immer an diese Wörter, da es mein erstes Buch ist. Der Name des Buch lautet der Alchemist. Alchemist ist jemand, der die Dinge zum Besseren verändert. Es ist ein Roman des brasilianischen Autors Paulo Coelho. Paulo Coelhos Bücher erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Dieser weltweite Erfolg ist auf die Botschaften zurückzuführen, die in seinen Schriften zu finden sind. In der Geschichte lernt der Junge auf seiner Reise, auf sein Herz zu hören. Mit jedem Hindernis und jeder Hürde, auf die der Junge stößt, gibt es eine Lektion zu lernen. Unterwegs stößt er auf viele Hindernisse und die Reise wird schnell zu einem Abenteuer. Abschließend möchte ich sagen, dass ich dieses Buch aus Neugier gelesen habe, aber am Ende hat es mir eine wichtige Botschaft vermittelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.